mein hobby ist altfranzösisch der titel dieses podcast ist altfranzösisch und ich lese betriebsanleitung meines fahrrads vor die es auf deutsch englisch und französisch und ich bin angekommen bei bauteile mtv pedelec das ist der rahmen besteht aus dem oberrohr unterrohr mit integriertem akku sitzrohr steuerrohr ketten streben sitz streben sattel sattelstütze stützklemmen mit schnellspanner so und auf englisch wäre das mountain pedelec parts frame top tube down tube seat tube head tube chainstays seatstays und saddle seatpost seatpost clamp battery dann kommt hinter bau dämpfer bremsscheibe scheibenbremssattel zahnkranz kassette ausfallende schaltwerk kette disk break caliber break disk dropout die regierung kassett ist französisch ich weiß nicht immer dass auf wir der rio auf englisch ausspricht chain dann kommt elektrische antrieb kurbelarm pedal elektrik drive crank arm pedal dann fasten rear wheel bottle axle through axle quick release behästigung hinterradschraubachse steckachse schnellspanner vorbau lenker mit griff display bremsgriff sturm handlebars grip display break lever schaltgriff lenkungslager oder steuersatz schaltzug bremszug bremsleitung akkuschloss schaltgriff ist shifter headset brake cable shifter cable akkuschloss taucht hier nicht auf die doch ein bisschen anders aus das bild macht nicht federgabe scheibenbremssattel bremsscheibe suspension borg ford disk break caliber break disk quick release excel ist der schnellspanner den gibt es auch vorne der ist hier auch nicht aufgeführt dann gibt es das laufrad das ist vorderradnahme speichel reifen oder mantel felge ventil wheel hub spoke tire rim und rail und befestigung vorderrad schraubachse stecksachse schnellspanner fast in the front wheel bottled axles so und dann geht es weiter mit so und dann geht es weiter mit französisch composant de VA VTT cadre type horizontal type diagonal avec batterie intégrée type de selle type de direction basis au bas frame top tube down tube seat tube head tube chainstays seatstays selle tick de selle collier de tick de selle eventuellement équipe de blocage rapide selle de selle collier de tick de selle eventuellement équipe de blocage rapide Dann gibt es Amortissure sur Bradissius Ponson, ist nicht drin im Englischen, macht nichts, im deutschen Teil ist es die Federgabel für den Rahmen. Ich weiß jetzt ungefähr was das heißt. Propulsion elektrique, manivelle, pädale, der Fordcom, andere fahrer, der Ford, Potenz, guion avec poignet, afficheur, manette de frein, manette de derailleur, câble de derailleur, roulement de direction, jeu de direction, serrure de la batterie, Fourche suspendue, étrier, frein à disque, disque de frein, roue avec moyen, avant, rayon, pneu, jante et valve, fixation de la roue arrière, écou d'axe, axe traversant, blocage rapide, fixation de la roue avant, avec écou d'axe, axe traversant, blocage rapide. La couverture illustre des modèles de VAE. Le VAE que vous avez acheté peut présenter un aspect différent. La présente notice décrit des VAE des types suivants. Vélo de ville, tour, chemin et VTT. La présente notice d'utilisation ne vaut que pour un VAE d'un des types précis sur la couverture et avec lequel elle a été remise. L'enclosed images show the standard commercial pedelec models. The pedelec you have purchased may look somewhat different. This manual describes pedelecs in the following categories, city tracking and MTB. This instruction manual only applies to the pedelec mentioned on the envelope with which it was issued. Und dann auf deutsch. In den Abbildungen im Umschlag sehen Sie handelsübliche Pedelecs. Das von Ihnen erworbene Pedelec kann anders aussehen. Diese Anleitung beschreibt Pedelecs folgender Kategorien City Tracking und MTB. Diese Betriebsanleitung gilt nur für ein auf dem Umschlag angegebenes Pedelec, mit dem sie überreicht wurde. Als nächstes kommt dann das Inhaltsverzeichnis. Ich gebe Seite 56, das ist ein bisschen umfangreicher. Für heute reicht es mir. Tschüss. Ich gebe Seite 56, das ist ein bisschen umfangreicher.